Willkommen zurück zu einem weiteren Video von GONNA HOME. Ja wir werden dem ganzen hier mal so langsam auf die Stiche kommen. Nein. Hier ist nicht meine Tür. Wetterwarnung okay. Was zum Dr. Chittas. Haunting and Poltergeist. Ja gut. Was soll ich dazu sagen. Red Mobile. Was auch immer. Oh was ist das. Six Files. Okay hier wollte jemand Fernseh gucken. Streichhölzer sind alle verbraucht. Hm. Hier liegt was. Äh bei dem findest du einen Pionier. Was auch immer. Alter. Sam Trucks is my dad. You know that feeling where the first moment you see someone it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk but sometimes I see her in this like army uniform and she's always drawing in this notebook looking so intense. I had no idea how I would ever like have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play street fighter at the 7-11 every day after school. Okay. So. Das Buch das Dad geschrieben hat. Terence. Terence L. Green Brer Brer Brer. Ja. Sagt sie den C-1. Hey man wie läuft's ich weiß. Dat 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 dat. Wer lesen möchte. Bitte einmal auf. Ihr wisst schon. Pause klicken. Nein So Wir gucken mal Ein Schrank Ein Bild Ein Buch Geschichten Geschichten des Schildkrötenvolk Teil 1 Captain Allegra Schaut über den Ozean Okay Ja Also Es soll kein Horrorspiel sein Stand Dabei Aber langsam kommt mir das so vor Boah ihr habt es gerade gehört Ey Ne Das hört sich an wie so ein Schlechtes Horrorspiel Mann warum Stand da Das ist kein Horrorspiel Oh man 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 So you know what they say about the best light plans of mice and men Yeah turns out it applies to Street Fighter 2 At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn But all that practice at home did not exactly translate in the wild So after I was finished getting my butt kicked I followed them outside while they smoked And that was when she asked me if I was that psycho house girl But then she said she's always really wanted to see the psycho house Her name is Lonnie She's coming over tomorrow So erstmal überall Licht angemacht Denn es wird nicht besser hier Sehr geehrter Terence Green Aber leider müssen wir Ihnen mitteilen Dass man sich leider nicht imstande sieht Ihren Nachfolger zu Ein ganz normales Geächteter zu kommen Warum liegt das hier unten? Ordnung halten in der Bude Oh nein Das hört sich schon so merkwürdig an Oh Äh Äh Die Fort Was? Der Fortpflanzungsapparat Arbeitsplatzzeit Name Blablabla Unten stehen zwei Geschichten Der Menstruationszyklus Sie werden durch den Eileiter Die Eizelle löst sich Vom Eierstock Blablabla Okay Das hat was über die Regeln der Frauen Äh Zu tun Ganz schnell zu machen Nicht dass man sagt Hier Oh I Bäh Das ist was ganz natürliches Der Demenzration der Frau Und da braucht sich keiner Für schämen Ekeln Oder sonst irgendwas Jeder der Eine Freundin hat Der weiß Was Wovon ich rede Als Mann kommt man so oder so Damit in Verbindung Wenn man eine Partnerin hat Sag ich jetzt mal Also Jungs Das ist nichts ekliges Das ist wie Der erste Samenkuss In der Pubertät Also Ne Mehr brauche ich nicht dazu sagen Das ist Das ist Das ist Telefonbuch, Klasse Versicherungsagentur, mit Versicherung habe ich wenig am Hut, bin ich ganz ehrlich, das lasse ich lieber andere Leute für mich regeln. Oh, oh schön, 1963, da oben. Mist, hättet ihr klappen können. Steht da sonst noch was drauf? Äh, da 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 da. Nein. Ach das sind die, das ist hier alles viel zu dunkel. So, wir fangen in der hintersten Ecke an. Was? Textredateur von der Heimkirche, achso, ich dachte schon, ja, die Frau hat ein Liebhaber. Da ist eine Pflanze. Taschenlampe gibt es hier leider nicht, das wäre jetzt natürlich praktisch. Alter, jagt mir nicht so eine Angst ein, dieses Knarren. Wo könnte noch etwas stehen? Wo könnte noch etwas stehen? Oha! Äh, äh, Whisky. Also, Papa, was soll das denn? So, da hinten waren wir schon. So, im Inventar. Da haben wir nichts. Da ist zu, da ist zu, das heißt, wir gehen jetzt da oben hin. So, da hinten war zu, so, aber was uns hier oben erwartet, erfahren wir im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns spannend, genießt den Tag und Bye Bye. ARD Text im Auftrag von Funk